Hättest du auf? Ja. Ach. Diese ganzen Anlagen, die kommen alle in den Mickey-Maus-Büchern vor. Ja. Weil der Zeichner sich aus den Büchern hat inspirieren lassen für die. Und fahrt Dagobert und Ronald fahren hier hin. Ich hätte dies gar nicht wiedererkannt. Ich dachte auch, es liegt am Wasser. Es ist ja auch am Wasser. Ja, aber dass man das Wasser sehen kann. Kannst du gleich. Kannst du gleich sehen. Wir kommen jetzt im Zentrum alle. Und gleich siehst du es auch, kannst du es wiedererkennen. Das ist ein großer Platz. Ein großer Platz, wo ich jetzt stehe. Hallo, er war freilich gewesen. Er war 50 Meter lang und 25 Meter breit. Wer? Es war gepflastert. Das sieht man an manchen Stellen. Die übrigen Stellen haben keine Pflasterung. Ich stehe jetzt auf der abgeflachten Spitze eines Hügels. Und dieser zentrale Hof, wo ich jetzt stehe, das Zentrum des Gebäudes, von innen nach außen verbreiten sich die Räume des Palastes aus, ist auch das Zentrum des Lebens. Hier hat sich das ganze Leben abgespielt. Versammlungen, Feste, Märkte, Diagora auf diesem Platz. So, wir gehen dann bitte links rein, von diesem Platz links rein. Und im zweiten Saal gehen Sie voran. Ich schreie so mit diesem Apparat, dass Sie mich hören werden. Links und rechts kommen wir herauf. Im zweiten Saal, kommen Sie bitte, dann sehen Sie den originalen. Bis zum nächsten Mal.